Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Enlisted. Wir sind in der Normandie gelandet mit dem T2 Deck der Alliierten und am Verteidigen. Auch noch schade, ich greife hier eigentlich immer lieber an, aber was willst du denn machen? Jo, ich wollte sagen, wir fahren mit dem Stürtebäcker erstmal nach vorne, sodass wir erstmal einen Spawn haben. Das ist jetzt auch die zweite Aufnahme. Die erste, die ich eigentlich zuvor aufgenommen hatte, war Japan T2, also im Pazifik. Und es war, glaube ich, einer der entspanntesten Runden, die ich je in Enlisted gespielt habe. Also in keiner... Wir waren überhaupt nicht irgendwie in Bedrängnis oder so. Wir haben den ersten Punkt ganz schnell verloren und danach hat sich der Gegner, ich glaube, Alligator Creek war CC-Karte, glaube ich, haben wir verteidigt und der Gegner hat sich in uns die Zähne ausgewiesen. Ich glaube, das Gegnerteam bestand auch nur aus Bots oder so. Und mir ist dann irgendwann die Lust vergangen, aktiv teilzunehmen an diesem Match, weil halt wirklich nichts großartig passiert ist. Ich habe mich festgefahren, habe ich alles richtig gemacht. Und dann habe ich dann die Aufnahme dann gesagt, okay, komm, hier passiert so wenig, wir lassen das einfach weg. Denn ihr wollt ja auch Action sehen. Und es war halt... Ja, also ich konnte mich so hinstellen und gemütlich zielen und dann ein nach dem anderen wegklicken. Am Ende war ich dann Vierter oder so mit 3000 Punkten oder wie sowas. Aber naja, ich habe mich dann doch entgegengestiegen. Deswegen hoffe ich, dass wir hier mehr Action haben. Und wenn ich schon mal in der Normale League bin mit T2, verspricht das doch schon mal deutlich mehr Action. Schade. Nicht sterben, ich will die ersten Pflaster aufgeben. Das bringt Punkten. Kann das sein, dass irgendwie die Soundeffekte lauter geworden sind? Hallo, Defense? Wo ist denn unsere Defense? Ich habe auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Action als in der Aufnahme-Runde zuvor. Flugzeug ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, da die alle in Deckung sind. Ach komm, wir jodeln da mit dem Flugzeug rüber. Oh ja, gute Idee, Flugzeuge. Der Feind mit unserem Kontrollpunkt herüber. Ach, siehste, bevor ich es vergesse. Falls ihr das Video am Erscheinungstag sehen soll, sprich am Sonntag, ab 15.30 Uhr bin ich heute live. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und weil immer mal wieder die Frage aufkommt, ob wir auch mit Anfängern spielen, ja, das tun wir. Anfänger sind also auch ganz gerne bei uns gesehen. Und also, falls ihr Lust habt, schaut ganz gerne vorbei. In der Videobeschreibung, wie gesagt, die Verlinkung zu Twitch. Dort gibt es dann regelmäßig Streams zu Entlisted unter anderem. Und da ist es wie gesagt egal, ob ihr Profi, Veteran, Anfänger seid. Also, wir halten die mehr aus als sonst, habe ich das Gefühl. Oder ich habe einfach miserabel geschossen. Wahrscheinlich leckt es wieder mir. Haltet die Klima auch noch. Und da, bremsen, bremsen, bremsen. Oh Gott, oh Gott. Warte mal. Warte. Ich wollte gerade B drücken und die Waffe ziehen. Das hat wohl nicht so funktioniert. Mal kurz das Cockpit aufreißen. Die Knarren in die Hand nehmen und auf das Flugzeug schießen. Wo ist er denn tatsächlich jetzt hin? Ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren, tatsächlich. Also bei The Fast and The Free würde sowas mit Sicherheit funktionieren. Ach, jetzt ist es jetzt wieder weg. Okay, schade. Das habe ich vergeigt. Oh, der Boden ist doch einfach. Na? Ich gieße mir mal in der Zeit meinen Kaffee ein. Extra noch vor der Aufnahme frisch Kaffee gemacht. So. Um Corey zu rezitieren, wo ist der Feind? Gibt es da nicht immer jetzt noch Punkte, wenn man die, ähm, Zeppeline abschießt? Oder sind das Zeppelinen? In der Zeppelin sind sie ja gar nicht Luftballons. Dann komme ich auf Zeppeline. Das war ja auch eine Mechanik, die es nur auf dieser Karte gab und die ich auch ziemlich dämlich fand. Ja, was ist, haben die Gegner keinen Bock mehr. Hier sogar keiner. Der hat auch schon mal besser funktioniert mit dem Treffen. Geben wir die. Schon besser. So, hier noch ein Geschenk für euch. Na, kommt. Put, 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 put. Nicht werfen. Oha. Oha, oha. Ja, komm, der passt doch ganz gut hier rein. Ich habe auch noch gar keinen Tiger oder sowas gesehen. Haben die gar keinen Tiger mitgebracht? Ach nee, Sperrballon gibt es immer noch. Okay. Also, damit hat sich meine Frage auch schon beantwortet. Worüber ich mich tatsächlich freue, ich habe gesehen, mit dem neuesten Update, wann auch immer das irgendwann kommt, wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Jahres, kommt ja jetzt eine Raketenartillerie dazu für die Sowjets und für die Deutschen. Auf die freue ich mich sehr. Äh, ist zwar Premium, wird wahrscheinlich auch übertrieben teuer sein. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich würde mal tippen, wie ich Gaijin kenne, irgendwie so um die 30, 40 Euro oder so. So, auf die hätte ich schon Bock, tatsächlich. Kann aber auch jeden verstehen, der sagt, nee, danke, weil es gibt hier sowieso schon extrem viele Explosionen. Aber da ich jemand bin, der sehr gerne Sachen in die Luft jagt, habe ich kein Problem damit. Ob ich sie mehr kaufe, glaube ich aber eher weniger. Vielleicht im Sale. Je nachdem, wie teuer sie dann halt sind. Guck an, die Antipersonen wieder irgendwas erwischt. Da müsste man mal gucken. Weil die Preise sind ja immer jenseits von Gut und Böse. Die beiden nehmen wir noch mit. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Oh, guck mal, da hat er mal. Warte mal, warte mal, schnell, 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 schnell. Die nehmen wir noch mit. Die Spitzklicker da drüben. Ich muss sagen, das ist aber bis jetzt auch eine ganz entspannte Runde. Gut. Ich mag diesen Panzer. Auch wenn seine HE-Granaten hin und wieder mal einfach keinen Bock haben. Weil ich habe das auch bei Corey im Video gesehen mit seinen, äh, Keilopi. Wie viel Raketen der verschossen hat und einfach null Schaden teilweise gemacht hat, weil das, dieses, dieses RNG, was HE-Granaten hier haben, das ist echt lächerlich zum Teil. Mal schießt du in die Nähe und alles ist tot. In 100 Kilometer Umkreis. Mal schießt du direkt auf das Ziel und nichts passiert. Okay. Plötzlich tut sich hier gar nichts mehr. Mein Ton ist ganz leise geworden. Wir fahren mal zum Gegner. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. So, ich könnte noch die Mathilda mitbringen. Ne, das ist zu langsam. Mal gucken, der Studi Baker. Warte, ist der noch da? Ja, ne? Gut, den wird natürlich keiner nutzen, weil der direkt auf dem offiziellen Spawn ist. Egal. Also Flugplatz gehörte immer, also als ich einmal Normandie direkt auswählen konnte, gehörte Flugplatz immer zu meiner Lieblingskarte. Ich weiß nicht warum. Generell, die Normandie-Karten haben mir bisher am meisten Spaß gemacht. Normandie und Tunesien. Das waren immer so die Karten oder die Kampagnen, die ich auch früher immer am liebsten gespielt hatte. Jetzt, wo ich gerade die, ähm, ja, die schöne Aussicht genieße, die, es gibt ja jetzt auch ein neues Grafikpack, was hinzukommt, oder mit dem neuesten Update kommen ja auch neue Grafiken dazu. Und auf die bin ich sehr gespannt, weil das, was ich mir angesehen habe, oder was man da zu sehen bekommen hat, das sah auf einmal sehr, sehr hübsch aus. Und wenn es dann kaum Grafikressourcen oder generell, äh, Systemressourcen frisst, ähm, bin ich dafür sehr zu haben. Aber ich hoffe ganz ehrlich, dass die nicht nur So, Entschuldigung, ich hab mal kurz aufgehört zu reden, weil das Ding so scheiße laut ist. Äh, ich hoffe ja, dass sie diesen, diesen Update wirklich mal ein bisschen mehr Content reinpacken und nicht wieder nur sagen, so, hier habt ihr zwei verschiedene Gewehre, ähm, drei überteuerte Trupps und ein Dekel und das ist das große Update. Also ich hoffe ja wirklich, dass mal, äh, neue Karten reinkommen. Ich hab mich jetzt auch noch nicht informiert, was jetzt wirklich schon, bekannt ist und was nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass neue Karten reinkommen, dass, äh, sie ankündigen, dass neue Nationen reinkommen, dass wir auch wirklich mal mehr, ja, mehr Inhalt haben. Das ist ein Update. Denn das letzte Update war ja auch schon so, hm, okay, aber jetzt auch nicht, dass man sagen kann, so, wow, cool, hätte ich nicht mit gerechnet. In den Staub, unwürdiger. Ja, also bei Japan zum Beispiel ein bisschen mehr Content bei den Armees, bei Russ. Also generell überall mehr Content. Das wär schon mal ganz nice. Ich denke mal, da wären viele für. So, ich würd's auch sagen, dass wir hier nach den Raketen aussteigen und wieder in die Bodenoffensive gehen. dass ich nicht wieder so lange im Flugzeug und Panzer sitze. Der ein oder andere mag das ja nicht so. Ich hab das schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen gehabt, du sitzt so lange im Flugzeug, du sitzt so oft im Panzer. das ist so. So. Und aus. Tschüssi. Wann hab ich denn gebrannt? Wann ist denn das passiert? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wenn ihr Bock habt, auf was ihr Bock hättet in so einem Update. Also was ihr euch wünschen würdet. Also ich würde mir wünschen, ich meine, neue Nationen werden sie nicht reinbringen, das ist klar. Das würden sie, glaube ich, wahrscheinlich eher ankündigen und nicht einfach so Überraschung, neue Nationen. Aber ich würde mich freuen, wenn jede Nation Content bekommt. Vielleicht ein oder zwei Fahrzeuge, ein paar Waffen, ein paar neue Squads und solche Sachen. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Dann, klar, Bugfixes und sowas sowieso, das ist ja klar. Und das ist halt mal eins, meinetwegen eine neue Karte. Vielleicht irgendwas in so einem tiefen Wald zum Beispiel, würde ich ganz cool finden. Wo man jetzt auch nicht unbedingt mit Fahrzeugen großartig rumackern kann, sondern hauptsächlich mit Infanterie und auch keine Flugzeuge und so. Oder Flugzeuge kannst du meinetwegen reinbringen, aber halt im dichten Wald. Das würde ich noch ganz cool finden. Muss nicht im Schnee sein, kann auch jetzt irgendwo im Herbst sein. Herbst zum Beispiel würde ich auch sehr toll finden. Oder im Pazifik eine Karte, wo es mit ganz vielen, äh, ja, so kleineren Flüssen und sowas ist, wo man vielleicht Schnellboote nutzen könnte oder sowas. Das würde ich noch ganz gut finden. Ich warte mal lieber, bis sie untergekommen ist. Ich warte mal lieber, bis sie untergekommen ist. Ach, es ist eine Karte, bis sie untergekommen ist. Oh, komm. Habe ich zu spät gesehen. Jetzt können wir den Studio Baker reinbringen. Weil wir jetzt hier den Studio Baker haben, es gibt ja noch so schöne Half-Trucks und sowas, ne? Sowas könnte man noch ein paar reinbringen oder so. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten und an Fahrzeugen sowieso. Was man da halt hätte noch machen können. Und die Fahrzeuge können sie ja direkt von War Thunder importieren. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wann auch immer das Update kommen mag. Ich würde einfach mal so ganz blind links vom... Ach, warum schieße ich den auf den Panzer? Ich würde einfach mal so ganz stark vermuten, dass das nächsten Monat sein wird, wenn das Update rauskommt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es später kommt. Denn in der Sommerzeit bringst du, glaube ich, kein Update raus. Also kein Update mit viel Inhalt oder so. Denn da sind die meisten Leute im Urlaub und in der Sommerzeit läuft Gaming ja sowieso in der Regel nicht so gut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also da auch gerne die Frage an euch. Was ist so eure Vermutung? Kurz mal die Herde ausgedünnt. Also irgendwie hat der feindliche Ansturm ganz schön nachgelassen. Stand da nicht gerade... Ach, da ist er. Durch diese dicke Waffe habe ich den gar nicht gesehen. Komm, halt nach. Egal. Magazin Vaheler hat sich auf jeden Fall garantiert. Kann ich die Flugzeuge jetzt noch einholen? Ne, ne. Das wird zu lange dauern. Schade. Ähm. Ne, komm. Nehmen wir... Wir hatten jetzt schon so viele Fahrzeuge drin gehabt. Oh mein, Kaffee wird kalt. Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Ja, lasst ihn ruhig cappen. Das ist ganz gut. Dann haben wir ein bisschen länger was von. Kaffee. Schließlich habe ich noch nicht so viele Punkte gesammelt. Alter, hat noch was gezuckt. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Okay, das mit dem Aim müssen wir nochmal lernen. Ich verscheide mit der Kaffee. Reload it! Aber ich glaube, das mit den Sperrballons zählt nicht mehr, ne? Denn die haben ja einige Ballons scheinbar weggeschossen. Aber ich sehe nicht, dass sie dafür Punkte bekommen haben. Entscheide dich mal rauf, runter. Hätte gerade so ein bisschen was von Wack the Mole. Ja, auch diese Runde war tatsächlich etwas aufregender als die Runde im Pazifik zuvor. Aber halt auch nichts weiter als ein Spaziergang im Regen. Was für ein Vergleich. Okay, der Vergleich hing vielleicht ein bisschen. Komm schon. Ach, verdammt. Ja, das war easy. Punktetechnisch dürfte es nicht so viel gegeben haben. Weil so viel war jetzt nicht los. Aber es hat für die AP1 gereicht. Und hat für Oberst schon mal. Okay. Nehmen wir mit. Wow, waren am Ende doch 5000. Achso, wenige Flugzeuge. Okay, das war ja gerade völlig irritiert. Wo habe ich denn die 5000 Punkte? Klar. Die Flugzeuge haben es gemacht. Ja, Gegner-Team hat sich aufgerieben. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst ganz gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr Bock habt, schaut mal ganz gerne im Livestream vorbei. Wie gesagt, in der Videostreibung ist alles verlinkt. Ich freue mich, wenn wir uns dort mal sehen würden. Damit bin ich raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.